Hallo und herzlich Willkommen. Es geht weiter mit Generation Zero. Wir reisen jetzt einmal wieder zurück auf unsere Startinsel nach Unterschlupf, Bauernhof Steenhager. Wir wollen dann einmal den ersten Kontakt erledigen. Viel Spaß dabei. Hallo und Schnellreise. Ja, wir scheinen alle da zu sein. Zumindest sehe ich schon mal... Ah, Borstmann kommt unten. Jawohl. So, bist du im Stall gelandet, was? Nicht? Ich bin noch unterwegs. Und ist hier draußen wieder was eingetroffen? Ne, das sieht nicht so aus, ne? Okay, ich würde sagen, wir warten auf Borstmann. Ich bin oben im Heu. Ja, wir sind schon hier draußen. Ich guck nur gerade, ob hier wieder was nachgespawnt ist. Was war das denn eben? Ich bin runtergeflogen. Aber Munition ist... Moment. Im LKW ist auch noch Munition gespawnt, ne? Oh, schön, warte mal. Oh ja, tatsächlich. Nö, da ist nichts. Äh, in der Mitte vom Container. Oh ja, schön. Ich sehe Munitionskäste. Und noch eine dritte Käste. Hier haben wir einen Dietrich gefunden. Na ja, cool. Ich glaube, den habe ich jetzt acht Stück oder so. Klaus Dietrich. Äh, hier ist auch noch Munition. Ja, mal schauen. Ach, das ist keine Munition. Der nicht in dem Rucksack, sondern rechts. Oh, MP, sogar eine MP. Cool. Super. So. Ich muss mal ganz kurz die Kleidung prüfen. Moment, bitte. Äh, das wo war... Ach so, Fertigkeit. Ich kann noch einen Punkt vergeben. Wo war denn? Das war, äh, Profil? Ne, Herausforderung, ne? Ne, auch nicht. Profil? Ne, das war die Kleidung. Äh, Fertigkeit und Tag. So, ich werde weiterhin auf Waffen. Panzerung wäre nicht schlecht, ne? Run and Run. Was haben wir denn beim Überleben? Ausdauermenge? Technik machst du ja schon, ne? Jo. Und ich würde Wurfpräzision... Hey, wäre doch gar nicht schlecht, ne? Da kann ich nämlich mal eine Granate schmeißen. Wurfdistanz. Wo sind die Langhaarigen denn jetzt? Waffenrückstoß. Panzerung. Ja, ich werde mal in diese Richtung... Oh, hier ist irgendeine Gefahrenanzeige. Naja. Äh, ich bin doch nicht so mal ein... Ich weiß nicht, wie mache ich den denn jetzt frei? Moment, da... Ui. Wo kann ich den denn nicht zuordnen? Achso, Moment, ich muss da drauf gehen. Freischalten. Nicht freigeschalten. Das scheint... Ist was Großes. Oh, ich kann mich da wohl nicht helfen. Ganz großer? Ja, ein Zweibeiner. Jo. Das war er. Okay. Jo, der hat gut Munition. Ist hier noch einer? Oder war das nur der eine? Das war nur der eine. Okay. Bis jetzt. Oh, ein 60 Schuss. Gut. Ich kann da... Oh, ich habe auch gut Munition gekriegt. Oh. Ich hatte doch eben eine 19, habe ich auch 60 Schuss, oder was? Äh, ich wollte doch mal ganz kurz, bitte warte doch noch mal einen Moment. Wir machen doch gar nix, oder? Ich würde gerne wissen, wie ich das mit den Fertigkeiten hinbekomme. Ich kann nämlich die nicht kaufen, oder so. Nee, du musst ja naheinander leveln. Du kannst nicht zwischendurch irgendwas überspringen. Ja, aber, aber... Geht auf Fertigkeiten. Da musst du erstmal gucken, ob du unten bei Fertigkeitspunkten überhaupt einen hast. Habe ich einen? Ja. So, ich habe nämlich keinen mehr, und da musst du halt da ausgucken, wo es grün ist. Wo du was machen darfst. Das Verrückte ist, ich habe gar nichts grün. Obwohl ich ja diesen Punkt habe. Oder kann es sein... Wo willst du leveln? Oder was willst du leveln? Also bei Kampf möchte ich weiter leveln. Ja. Welche von den beiden Strengen? Äh, den linken. Warte mal, da steht was von 1 zu 3. Nachladetempo. Oder, äh, Visiertempo. Nee, Visiertempo. Ah, nee. Ich hab's verstanden, Leute. Hüftschusspräzision steht ja drunter. Eins, Schrägstrich, drei. Also eins von drei. Ich muss also den zweiten Punkt wahrscheinlich kaufen dann. Ne? So habe ich's jetzt richtig verstanden, hoffe ich. Ja. Gut. Okay. Dann werde ich mir den mal angeln. Ähm, wobei ich jetzt... Äh, genau. Ja. Ja, jetzt habe ich zwei von drei. Genau. Ja, super. Machen wir das so. Das war Nachladegeschwindigkeit. Äh, Hüftschusspräzision ist das. Okay. So, jetzt können wir, wenn ihr möchtet, weitergehen. Ne, jetzt will ich aber nicht mehr. Ne, ne. Ich springe jetzt in die Kiste. Kann man da hinspringen? Bin ich drin in der Kiste? Ja, Oberhammer Nägel, wir machen zu. Jo. Habe ich schon in der Hand. Das war, ich bin wieder rausgehüpft. Das war zu spät. Okay, lasst uns loslegen. Okay, wir müssen jetzt zu unserem... Überholmen, war das. Die Burg. Südost. Jo. Kommst du auch mit? Jo, du bist dabei. Okay. Und, wieder was drin im Auto. Rechts ist irgendwas. Ich hatte gerade eine Markierung. Auf der Straße, ne? Ja. Da hinten. Oh, das zappelt aber hin und her hier mein Visier. Mal gucken, ob hier noch was drin ist. Ah, hier ist noch was. Ne, schon wieder eine Jacke. Ich hasse Jacken. Ich will jetzt keine Jacke. Huch, da komme ich gar nicht hoch. Ups, ups. Ja, 150 Schuss habe ich jetzt dafür. Für die habe ich mein 47 und für die Pistole muss ich nachladen. Jo, die ist cool, die hat 208. Achtung, Gesellschaft voraus. Ja. Manni ist auch da, super. Läuft nicht so schnell. Läuft nicht so schnell. Ups. Ach, ich komme hier nicht hoch und hänge da irgendwie fest. Ups. Huch, endlich kann ich mich schminken. Äh, toll. Du hast doch schon so bunten Helm. Oh Gott, das sehe mich ruhig mal mit. Huch. Huch. Aber ich schiebe hier schon wieder. Ich schiebe hier schon wieder. Selbstverständlich wissen wir, dass wir hier schon waren. Das Problem ist nur, wir wissen das ja natürlich vorher nicht, welche Quests und wo wir dann dahin müssen. Und deswegen, äh, sind wir jetzt natürlich hier, äh, schon mal gewesen, weil wir natürlich die Inseln nach und nach abgehen. Und wenn wir dann nochmal irgendwo zurückgeschickt werden, tut uns das leid. Aber das ist halt so. Der hat gar nichts. Also jetzt haben wir offiziell die Quest gekriegt, dieses, äh, zu durchsuchen. Und das machen wir jetzt. Hier hängt wieder immer noch die Lampe, der hat immer noch einen. Und natürlich, und natürlich reinigen das Gebiet da oben. Ja. Die Burg. So, das ist jetzt unsere Aufgabe. Aber das wissen wir halt vorher nicht, was wir für an Questen kriegen. Wir haben uns ja nicht gespoilert. Ich spiele das ja, das spiel ja nur mit den beiden zusammen und, ähm, alleine spiele ich das Spiel ja gar nicht. Das geht ja auch irgendwie nicht. War doch das hier, ne? Ja. Genau. Geht doch komischerweise nicht, dass wir es nochmal im Solo spielen können. Oder ich muss jedes Mal das Verzeichnis, äh, entfernen und tauschen. Das ist aber mir zu unsicher. Ne, ne. Besser nicht. Ich höre irgendwas, äh, das kann ich später immer nochmal spielen. Eben. Das, äh, muss nicht sein. Nein, da kann man kein Solo und Server gleichzeitig. Ich glaube, das ist hier unten, oder? Irgendwo höre ich was. Ich höre, ich höre im Moment erstmal nur Wind. Ich auch. Ist das Wind? Ist das Wind? Okay, dann höre ich nichts mehr. Äh, selbe Taktik wie beim letzten Mal. Ihr, ihr zwei links rum und von oben und ich schläge das Feuer auf mich und ich schläge sie dann aus? Okay. Ja, ja. Aber diesmal wartet auch bis ich auf Positionen bin. Nicht wie beim letzten Mal. Ne, das war ein Versehen. Ja, ja. Das sagt der Rekrut dann immer. Wir sind nur Rekruten. Ich glaube, wir waren hier oben, ne? Ja. Ich komme. Guck, ob wir das gut hinkriegen diesmal. Ja, hier oben auf der Ruine praktisch, auf der Spitze, äh, etwas weiter rechts. Ja. Ähm. Ach, da bist du. Okay. Nein, ich wäre mit drauf gewesen. Ja, ich komme hier leider nicht drüber. Doch, jetzt. Ne, da hinten waren wir drauf. Hier waren wir nicht. Ja, wir waren hier vorne auf der... Also ich habe schon das Interesse von den Viechern geweckt. Ja, wir sind zugleich in Position. Ja, ja. Macht langsam. Ich bin ja auch noch auf dem Weg, äh, in endgültiger Position. Jo, ich glaube, ich bin entdeckt worden. Okay, ich könnte, wenn ich wollte. Äh, darf. Mani, bist du bei mir? Oh, scheiße, ich werde beschossen, Leute. Ja, da werde ich. Ja, da knippts aus. Nützt ja nix. Volltreffer. Oh, scheiße. Oh, jetzt ist es aber hart hier, du. Leute, bitte. Und ich habe ein Problem. Ich habe zwei Beine am Arsch. Ja, los, mach. Komm, nimm den Packung. Noch eine Packung. Eine Packung. Eine grüne Packung. Oh, die sind aber heftiger geworden. Das ist immer drauf. Ja, irgendwie, ne? Oder ist das nur eine Einbildung? Nö. Ja, doch auch. Bist du, bist du tot? Nö. Ich habe ein Rendezvous. Einen habe ich auch noch mal. Oh, der da hinten ist gefällig. Was ist das? Scharfschützinger werden. Wo bist du, Manni? Ähm. Bock? Alles gut bei dir? Ja, ja. Mein Rendezvous hat den Arm verloren. Komm, den Arm verloren. Oh, ohne die Waffen. Wenn wir schlenken. Oh, das ist ein Dreier. Äh, ähm, ja. Ich habe ein Doppel-Rendezvous. Doppel-Rendezvous? Äh, vergesse es. Dreier-Rendezvous. Das ist hier eine Gruppe. Rudelbum. Sehr guter Schuss. Nehmer. Hier unten muss einer sein. Unter uns. Jo, den habe ich. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo. Ich kann, äh, Spock gar nicht sehen. Also ich habe nur seine Markierung. Da hinten sehe ich, ne? Na ja, alles gut. Oder seine, seine Person sehe ich nicht. Da hinten ist auch, ähm, ich wechsel mal die Waffe kurz. So. Und dann können wir, glaube ich, runter. Ja. Wir könnten mal so auch sammeln schnell, ne? Moment. Da ist noch irgendwo einer. Oh, der ist da irgendwo. Wo ist er? Scheiße. Vor dir, vor dir. Ja, Vorsicht. Jo, ich habe ihn. Gut. Halt. Wow, da hat sich noch ein zweiter versteckt. Die Schweinebacken hier. Aufsache, wir haben das. Alles gut. Jo, alle erledigt. Bist du okay, Spock? Ja. Gut. Super. Haben wir das doch prima. Jetzt holen wir uns doch schnell das. Die Money. Die haben nämlich oftmal alle noch Money. Oh, scheiße. Ich glaube, ich bin hier mitten im Schuss, hä? Achtung. Gut. Haben wir, ne? Einen Moment. Da muss doch irgendwo oben einer stecken. Da, vor uns. Jo. Ja, gut. Ja, mit der Waffe trifft man gut die Tanks. Die haben alle Munitionen. Cool. Gut. Treffer. Ich hoffe, hier ist jetzt keiner mehr. So, schnell looten. Kommt, Munitionen ist immer wichtig. Ohne Munition, die kann man nämlich echt gut brauchen. Ne, das brauche ich jetzt gerade nicht. Ja, die kann man wahrscheinlich... Was soll denn das? Die soll's abbrechen. Warte wo? Okay. Hast du alles? Dann könnten wir... Ah, da ist... Moment, Vorsicht, da ist noch einer. So, den hat Spock erwischt. Super. Hops. Ja, gegen meine Schrotze kommt man nicht so leicht an. Ne. Die hat durchschlagende Argumente. Das ist doch gut. So, warte mal, hier oben waren da noch immer noch welche, ne? Haben wir denn jetzt die Burgfolge, die Koordinaten zum Strand? Und... Warte mal, hier müssen noch welche sein, ne? Warte mal, hier müssen noch welche sein, ne? Ach, hier unten. Warte mal hier. Hier. Ja, komm mal. Hier liegen noch drei, die wir abgeschossen haben. Die hatten wir alle, ne? Ja, die hatten wir. Ja, ich sehe nichts mehr zum Looten. Hier vorne? Ne, ist nix da. Hier? Wo ich stehe? Nein, ist nix. Oh. Für mich ist da nix. Dann ist das wohl zu spät. Also, ich sehe... Also, ich konnte sie noch looten, witzigerweise. Ja, ist komisch, dass wir manchmal einer nicht looten können. Hier sind Zelte. Warte mal. Rucksack. Schon wieder eine Jacke. Hip-Hop-Jacke. Tja. Also, das mit den Jacken und so. Die brauchst du doch als Hip-Hop-Fan. Hör ich schon Hip-Hop ja, toll. Einfach... Schon wieder so Gasbehälter. War ich hier nicht... Jetzt... Treffpunkt des Bunkers Scar. Habt ihr den jetzt auch aktiviert? Ja. Äh, ich hab was von Folge, den Chor, den... dran von Kelwig. Ah, ich glaub ich... Da hat die Füße verbrennt. Das macht nix. Sind ja nicht meine Füße. Genau. Jetzt ist nur die... Das kommt mir schon wieder so bekannt vor. Äh, äh, machen wir denn jetzt schon wieder die gleichen Questen, die wir zu Anfang schon gemacht haben? Nein. Nein. Weil der... der Bunker ist ganz woanders. Drück mal M. Ja, ja, alles klar. Ja, ja, alles klar. Äh, wo wollen wir denn jetzt hin? Guckt doch mal bitte die Karte, Leute. Ich mach mal einen Wegpunkt setzen. Guckt mal, da wäre... äh, Kelvin. Irgendwas, äh, was wir aufsuchen müssten. Und ich hab Skarven. Wo ist Skarven? Äh, kannst du mal grad deine Position wieder wegmachen? Ich? Ja. Ja. Warum? Ja, eins, okay. Eins ist doch meine Position. Ja, ja, aber die mal gerade wegmachen, soll ich den, äh... Dank. Ja, okay, da ist eine Quest, Landkopf, äh, Hauptmission, gehört zur Hauptmission. Jo, Landekopf. Nein, das wäre, äh, gefolge den Koordinaten zum Strand von Kälbigen. Das müsste dann eigentlich nur eine, äh, Nachfolge von dem jetzt hier sein. Ja. Ne, ne, würde ich sagen, ich mach mal den Punkt wieder hin. Brauchst du nicht? Brauchst du nur die Quest zu aktivieren? Ich sollte, die ist doch aktiv. Gut. Ja, bei uns ist sie nur nicht aktiv bei, ähm, ähm... Ach so, da kann man auch verfolgen gehen, ne, warte mal eben. Genau, dann kann er nämlich seine Markierung da wegmachen. Äh, äh... Ich bin sowieso halbtot, sehe ich gerade... Ich weiß wieder nicht, wo ich was machen muss. Verfolgen, ja gut. Dann mach ich die Markierung weg, okay. So. Gut. Ähm... Ich muss mich mal gerade reparieren. Moment. Ja, halb tot hier. Nochmal, so. Das müsste reichen. Jawohl. Okay, kann losgehen, wenn ihr dabei seid. Ups, ups, ich will auch darüber, ich will auch darüber... Ich will auch darüber... Au! Das hat aber weh getroffen. Hier gibt man... Passt auf, äh... Ich vergesse das auch immer, dass es hier Fallschaden gibt. Oh, das muss mich ja doch wieder reparieren. Das ist das Problem. Haben wir nämlich... Habe ich nämlich auch nicht lange gedacht. So, da habe ich jetzt genug. Und... Ist auch halb tot, ne? Oder? Ja, das ist... Man muss aufpassen, das mit dem Fallschaden, das unterschätzt man. Ja. Man kann leider nicht einfach so den Berg runterrutschen. Ah, hier ist auch noch was drin. Was haben wir denn da? Das nehme ich mal mit. Was ist mit der Kiste? Kann ich die nicht irgendwie erreichen? Doch, jetzt. Ja, schon wieder eine Gasmaske. Ich habe doch schon eine, ne? Aber ich nehme die mal mit. Aber es spielt ja Gott sei Dank keine große Rolle. Gewichtstechnisch. Die Kleidung spielt gewichtstechnisch keine Rolle. Ja. Äh. Äh. Warte mal, ne. Okay. Da war noch was. Ja, wieder entfernen. Das ist nö. Kein Fall. Ich werde mal hinter den anderen hinterher werden. Das Auto. Das ist leer. Was haben wir denn hier noch? Da ist nichts. Da auch nichts. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. So. Wo müssen wir denn lang? Das wäre hier runter. Immer mehr nach. Ja. Okay. Folge dem Führer. Äh. Anführer. Ja. Ich folge nur einem Anführer. Nichts. Einem vorauslaufenden. Eine Arigato. Bin sofort da. Ja. Warte mal bitte einen Moment. Ja. Ich bin doch. Ich steh doch hier. Ja. Die Waffe spritzt aber auch das Zeug raus. Ich komm. Mal nachladen. So. Aber war nicht schlecht. Da konnte man gut mitschießen. Also. Ja. Das G3 habe ich geliebt. Zu meiner Bundeswehrzeit. Ah. Ist das ein G3? Ich weiß das. Ja. Äh. Brauche ich jetzt das Ding. Nein. Ich könnte das Maschinengewehr noch benutzen. Aber. Hm. Ich weiß nicht. Fort hässlich wie die Nacht. Bestehen aus Plastik. Wir müssen Richtung. Richtung Süden gehen. Genau. Ja. Ja. Aber mal ganz üble Löcher. Üble Löcher. Üble Löcher. Hört sich gut an. Was ist denn mit dem hier? Der hat noch keiner durch. Also. Ich habe hier alle durchsucht gehabt. Ja. Warum habe ich die denn noch nicht durchsucht? Ja. Das war ja meine Rondebus. Meine liebe Hlinge. Ach so. Ach so. Äh. Nicht weitergehen. Nicht weitergehen. Mehr? Da ist irgendwas, ne? Da gehts runter. Steil runter. Aua. 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 Ganz viel Aua. Oh ja. Sieht aus wie Aua. Okay. Da ist aber auch nicht besser, ne? Ist überall Aua. Oh ja. Hier scheint es ein bisschen besser zu sein. Aber genau muss ich gar nicht erst gleich sagen. Wenn du unten bist. Genau. Er sieht auch böse aus. Das scheint ja überall so böse zu sein. Ist das nicht die Ecke wo... Nee. Das ist ja nicht. Das ist dieser Berg wo wir vorhin hoch sind. Aber können wir von Scharfschützen mal ran? Aber wieso? Hast du da was zu sehen? Mhm. Aber scheiß Nebel nervt jetzt natürlich. Wo siehst du denn was? Schade mit dem Nebel. Ja, da ist unten auf jeden Fall was. Das hat keinen Sinn. Man hört es auch ganz leicht, glaube ich. Ja, ja. Aber sehen kann ich nicht. Das scheint in den Gebäuden vielleicht zu sein. Oder hinter den Gebäuden. Okay. Ich würde sagen, wir gehen weiter, ne? Wo... Ja, da unten ist ja der Questpunkt. Wir müssen mal gucken, wie wir das... Von hier oben nicht. Das werden wir nicht schaffen. Zu weit, schätze ich. Äh, wo bist du denn jetzt, Bock? Hier. Ach da. Gibt es hier einen Weg runter? Ja, den bin ich ja gerade am suchen. Und nur der... Ich würde mal sagen, hier links lang. Weil rechts, äh, wird es noch beschissener. Genau. Ja, ne? Es scheint immer höher zu werden. Warte mal. Wo sind wir denn auf der Karte? Hm. Das ist so ein Steilhang, ne? Jo. Hm. Ja, mal sehen, ob wir hier runter kommen. Hier einfach den Weg folgen, oder? Würde ich vielleicht... Ja, das ist vielleicht nicht... Ja, hier. Guck mal. Warum kompliziert, wenn es doch einfach geht, oder umgekehrt? Weil einfach ist doch langweilig. Einfach kann jeder. Ja. Ja. Das ist hier noch immer sehr steil, wie es aussieht. Ja, wir müssen einmal die Serpentinen runter praktisch. Ja. Warte, ich nehme doch mal eine andere Waffe, bitte. Da ist, vor uns ist was. Ich habe gerade eine kurze Anzeige gehabt. Ich nicht. Doch. Es muss hier was sein. Es schlurft nicht so, Madame. Oh man, die schlurft wieder so. Heb die Füße hoch. Jetzt höre ich sie auch. Kann man jetzt hier irgendwie da runter gehen, oder nicht? Ah ja, hier kommt man runter. Kommst du da runter gehen? Ich gucke gerade. Dann müssen wir noch weiter laufen am Berg lang. Hier könnten wir vielleicht nach links rum gehen. Gucken. Das sieht doch mal steil aus. Also ich habe ein bisschen falsch angekriegt, aber es hält sich in Grenzen. Ja, ich versuche das mal auf dieser Seite. Hier scheint man... Oh, geile Höhle. Brauchst du mal, ich bin hier links von... Ja, ich versuche auch hier eben heile runter zu kommen. Weil hier kann man runter gehen, so ein Stück. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der Weg hier weiter führt. Ja, doch. Habe Gesellschaft. Ja, ich sehe dich ja noch nicht mal. Wo bist du denn gerade? Ui, Höhle. Äh, mit Gesellschaft drin. Oh, warte. Heilen, heilen, heilen. Schnell. Wie eben. Wo? In dem rechten Teil oder in dem linken? Ich sehe nichts. Kannst du Angabe machen? Ich bin hier in Kampf eingetreten. Na, ist er weg, ist er weg? Ich habe hier in einer Backe, glaube ich. Ja, noch einen. Ach, Mann. Wusel, grusel. So. Aber Schluss mit Wusel, grusel. So, lauter Wusel. Da ist noch einer. In Westbischof. Ich sehe den. In Westbischof. Das ist eine Laterne. Hörst du ihn nur oder hast du auch eine Mac? Ich habe eine Mac. Doch, jetzt höre ich ihn auch. Oh, was haben wir denn hier? Jo, ich habe zwar kaum was gesehen, aber den habe ich nicht vorhin. Au, irgendwas hat mich gebissen. Achtung. Vorsicht. Jo, ich sehe. Jo, ich glaube, ich muss kurz mal die Waffe wechseln. Moment. Ach, scheiße, jetzt geht das wieder nicht. Mensch, ich weiß, jetzt Pferdenrohr raus. So, wo müssen wir hier runter? Schafft man das so oder müssen wir andersrum gehen? Oder wenn du langsam runter gehst, dann geht es. Aber ich glaube, sie können andersrum gehen. Ja. Ah, die hat sogar still verneuert. Haben wir sie alle? Was haben die denn hier gemacht? Das ist... Oh, was liegt hier denn? Jede Menge Munition. Tonnen? Tonne Munition. Ich möchte eine Tonne, bitte. Oh, hier. Bedien dich. Oh, ja. Oh, ja. Da ist ja wirklich... Das war ein Radio, so ein verdammtes Glück. Die Stiefel, jetzt kriege ich lauter Klamotten. Ah, hier. Ja. Ja, wunderbar. Nachschub. Mein Inventar ist voll. Bitte lege... Darf ich denn mal nicht da machen? Oh, Mann. Ich sehe auch nichts. Oh, auch mal nicht. Ich muss mein Inventar leer machen. Was soll ich denn jetzt wegschmeißen? So, das waren fünf Kisten. Das ist wieder ein Radio auf jeden Fall schon mal so. Dann schmeiße ich die jetzt auch noch raus. Munition ist wichtiger. Ich schleppe wieder viel zu viele Waffen mit mir rum. Ihr guckt an den Ränder, da seht noch Rucksäcke. Ich glaube, ich werde mich auf zwei Waffen konzentrieren. Drei. Drei? Weil du hast drei Waffenslots unten im Inventar. Stimmt. Stimmt, du hast recht. Ich schleppe nämlich zu viel mit mir rum. Ich sehe hier kaum was. Was ist da? Das sind... Na, ich glaube, das Wichtigste war die Munition. Die scheiße Leuchtfackeln und sowas kann man vergessen. Ja, das brauchen wir nicht. Wir sind draußen. Wir gucken schon mal, was hier unten so los ist. Ja, ich komme zu euch. Ja, die Frage ist, was nehme ich? Ich glaube, ich behalte meine Pumpgun auf jeden Fall. Ist das besser? Mal gucken, dass wir vielleicht den Punkt noch erreichen. Und dann müssen wir gleich... Muss ich Schluss machen gleich. Die Pistole behalte ich auf jeden Fall. Bei mir ist der Questpunkt verschwunden. Ist der jetzt... Hat sich das erledigt? Nö, der ist doch bei mir in südwestlicher Richtung. Ja, ich habe auch noch... Ja, genau. Ähm... Ich muss mal schauen. Ich glaube, die 10 Millimeter, die schmeiße ich raus. Im Pi. Aber das machen wir nachher. Machen wir gleich. Die Floregegner. Ja, und ich komme... Äh... Oh! Bufis! Bufis? Ja, die kriegen wir doch hin, oder? Okay, feuerbereit! Oh! Ne! Da muss noch was sein. Ich habe noch eine Melde. Ja, ich auch. Ich will jetzt erstmal looten. Ja, genau. Looter auch. Aber der hat nur... Ja, gut, nehme ich erstmal hin. Oh, da sind aber viele Sachen, die wir gucken müssen. Da sind wir Kleine und Seriennummer der Container. Hier hinter dem Container habe ich einen Platz gemacht. Für die Kleinen ist das immer gut. So ein Pumpgun ist besser als die anderen. Zack, den haben wir. Ah, hier ist noch einer. Den kriege ich nicht. Oh Scheiße, ich bin tot. Was ist denn da? Nee, ich bin nicht tot. Oh, Schilm in Deckung. Irgendwas ist explodiert. Was hast du getroffen? Tja, die drei Fischer, die hier drinnen standen. Wir waren ein bisschen zu nah dran. Suche den Feldzugsplan im Bunker Minkel. Und wir werden besorgen, merden, untern, squandern, hermelinen. Die scheißiger sind explodiert. Äh, hier ist noch mal ein. Moment, ich muss mich kurz aufpeppen. Kopfschlecht. Gewesen, oder? Nee, da ist noch. Ich höre es auch. Das könnte ein kleiner sein, ne? Ja. In dem, ich vermute, in dem... In dem Container. Ist er weg? Jo. Sieht gut aus, ne? Da ist immer noch was zu hören. Hier war ein Dammelgegenstand an der Wand. Nehmt den. Ja, kleinen Moment. Ja, kleinen Moment. Oh ja. Oh ja. Super. Super. Ja, klasse. Eine Karte, links an der Wand, wenn er reinkommt. Ich glaub, das ist der Plan, ne? Sind das die Pläne? Hm. Ich suche den Felszugsplan. Achso, ne, im Bunker sollen wir den suchen. So, ihr Lieben. Ich denke mal, diese Quest ist dann hier abgeschossen, oder? Ist hier noch was drin zu erledigen? Ich glaube, das sieht gut aus, ne? Dann würde ich nämlich sagen, reisen wir noch zum Sten Hager Bauernhof, oder sowas. Und dann müssen wir uns verabschieden. Jo. Spock? Ja, warte mal gerade. Die Quest ist aber noch nicht vorbei. Nur so als Information. Also nicht das, ne? Nicht die, also die Quest-Folge aber, ne? Also hier, dieser Punkt ist erledigt. Ja, ja. Der ist hier erledigt. Okay. Gut, dann würde ich sagen, reisen wir dahin, Sten Hager, ne? Würde ich sagen. Oder wollen wir in den Bunker, in den Bunker zurück? Haben wir alle Container durchsucht? Ja, ne? Haben wir. Ja. Gut, dann ab noch Sten Hager. Ja, ist am besten in der Nähe. Okay. Äh, warte. Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs, ja. Äh, wohin? Steen Hager, Bauernhof Steen Hager sind wir. Äh, da seid ihr falsch. Warum? Wir wollen ja Schluss machen. Naja, aber trotzdem. Guck mal, wo die andere Quest sind. Wir müssen wieder in den Bunker reisen. Ja, dann lass uns zum Bunker. Das war's. Welcher war das? Ach hier, der, ne? Äh, Bunker, äh, Fassladen. Festladen. Ich glaube ja, da wo ich jetzt hingehe, ja. Ja, Moment, ich muss ein paar Sachen ablegen. Ich will die nicht rausschmeißen. Dann gehen wir nach Festladen, genau. Nee, die wollte ich ablegen. Ich hab's sogar zwei davon. Wieso hab ich denn eine zweite davon? War die denn jetzt auch? Ah, das ist... Landen wir jetzt hier im Gebäude drin? Ich glaube ja. Äh, vier bis acht. Ja, das ist schön, man landet direkt im Gebäude. Okay. Äh, seid ihr schon da wahrscheinlich, ne? Ja. Moment, ich komm jetzt sofort zu euch. Ich war grad noch mal an der Kiste. Genau. Ihr seid jetzt in dem großen Bunker, ne? Ja. Und wie hieß der noch mal? Festladen, oder Fest? Festladen, ja. Okay. Schnellreise, jawoll. So, da bin ich. Äh. Glaub ich. Jo, ich bin mittendrin. So, ein Fertigkeitspunkt hätte ich. Hier sind irgendwie noch... Uh, was war das denn? Ich bin irgendwo gegengerannt und es ist runtergefallen. Wo seid ihr denn jetzt? Äh, irgendwie müsst ihr hier oben sein, ne? Nee, warte mal hier um die Ecke rum. Ah ja, hier. Okay. Komisch. Lauftempo, Gesundheitsmenge. So. Hier kriegt ihr auf jeden Fall irgendwo was rum. Das jetzt oben ist. Hat schon einer Schlösserknacken mal genommen? Bis jetzt noch nicht. Ich hab auf jeden Fall Haarklammern dabei. Dann mach ich mal einmal Schlösserknacken vorsichtshalber. Ach so. Äh. Gut. Schlösserknacken ist frei bei mir. Ja, ihr Lieben. Dann müssen wir uns auch schon wieder von euch verabschieden. Wir drei sagen Tschüss. Macht's gut. Habt viel Spaß mit allem was ihr tut. Vor allem wenn ihr Gutes tut. Gut wäre ein Abo, ein Glöckchen, ein Däumchen für uns alle. Liebe nette Kommentare. Und äh. Wir sehen uns dann mit großer Freude in der nächsten Folge wieder. Also Tschüss. Ciao. Ja, Tschüss. Tschüss.